Die Streichliste von Real Madrid zum Durchklicken, Bildergalerie Die Streichliste von Zinedine Zidane bei Real Madrid 21 Bilder Real Madrid steht vor einem umfassenden Umbau im Sommer. Rund ein Dutzend Spieler aus dem prominent besetzten Kader könnten in der kommenden Saison nicht mehr zum Aufgebot der Königlichen zählen, darunter zahlreiche Champions-League-Sieger. Auch für den belgischen Nationaltorhüter Thibaut Courtois könnte die Zeit bei den Königlichen laut der spanischen Sporttageszeitung erst bereits nach einem Jahr vorbei sein. Sport1 analysiert die Situation der Streichkandidaten bei Real Madrid. Let's block it's, why? Sport1 analysiert die Situation der Streichkandidaten bei Real Madrid.